Herzlich willkommen, liebe Freunde des Anhaltischen Theaters, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des offenen Kanals, herzlich willkommen zum dritten Theaterjournal der laufenden Spielzeit. Heute wollen wir uns über die künftige, kommende Opernproduktion Tristan und die Solde, das große Werk von Richard Wagner unterhalten. Dazu habe ich als Gast eingeladen, den Musiktheaterdramaturg des Anhaltischen Theaters, Juri Kolossale. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Ich möchte ganz kurz dich vorstellen, weil du das erste Mal Gast hier bei uns im offenen Kanal bist. Also du bist Musiktheaterdramaturg im Anhaltischen Theater, bist gebürtig Brasilianer, geboren in Sao Paulo, auch wenn deine Sprache sowas von ohne Akzent ist, dass man es gar nicht glauben mag. Du hast schon früh mit Kunst, mit Theater zu tun gehabt. Du hast studiert Operngesang, dann Opernregie in Sao Paulo. Also und dann hast du später noch den Gefallen daran gefunden, Musiktheaterdramaturgie zu studieren. Das ist richtig. Das hast du in Hamburg in der Hochschule für Musik und Theater dann auch vollbracht. Genau. Und jetzt in der Sao, Musiktheaterdramaturgie, begleitest jetzt unter anderem diese Produktion. Genau, genau. Ja, die letzte, wir hatten uns ja schon im Vorfeld unterhalten, Tristan und die Solde-Produktion seinerzeit von dem damaligen Intendanten Johannes Felsenstein, vor 14 Jahren auf dieser Bühne etwa, haben wir so gesagt. 2007, 2008 war das ungefähr. Okay, dann ist es schon 16, 17. Ja, ja. Okay. Glaube ich, also soweit ich mich erinnere. Ja, und bei älteren oder treuen, längeren Theaterbesuchern noch gut in Erinnerung, immerhin mit derselben Isolde, Kammersektorin Jörg Derylova, aber auf die Besetzung wollen wir danach eingehen. Tristan und die Solde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ja eines der bekanntesten Werke von Richard Wagner, dem großen deutschen Komponisten, 1813, gar nicht weit weg von Dessau geboren, in Leipzig, gestorben 1883 in Venedig. Und Dessau hat ja eine besondere Wagner-Tradition, dieses schöne, große Haus, Bayreuth des Nordens genannt, ja, bietet natürlich ganz hervorragende Bedingungen für sein großes Musiktheaterwerk. Tristan tötet einen Drachen, um Isolde zu gewinnen und im Auftrag seines Onkels, nämlich dem König Marke, wirbt er um sie, jedoch kommt es dann zu einer unsterblichen Verliebtheit der beiden. Und den Boden dieser Handlung trägt eigentlich der ewige Konflikt zwischen England und Irland, zwischen dem Königreich Cornwall, das dem Königreich Irland zinspflichtig ist. Und der irische Fürst Morold segelt dazu nach Cornwall, um dort den Zins einzutreiben. Und, naja, durch diesen Unabhängigkeitskrieg gegen Irland kommt es dadurch, dass Morold dann von Tristan, nämlich dem Neffen und dem treuen Versallen, auf dem wir jetzt noch zu sprechen kommen werden, ja, getötet wird und das Haupt von Morold wird an dessen Verlobte in Irland gebracht, nämlich an die irische Königstochter Isolde. Und später schwören sich die Herrscher eine Urfehle, nämlich den Verzicht auf weitere Kämpfe, was man sich eigentlich immer wünscht bei irgendwelchen Konflikten. Ja, so die Vorgeschichte. Aber nun vielleicht nochmal ganz speziell, was spielt sich da ab in diesen drei Aufzügen dieses großen Musiktheaterwerkes, Juri? Ja, also ich glaube, ein guter Ansatzpunkt dafür ist, wie gesagt, dass dieser Frieden irgendwie herrscht und alle hoffen irgendwie darauf, dass Isolde durch diese Hochzeit Frieden bringt. Aber ganz zentral zu dieser Geschichte ist dann tatsächlich, was auf dem Weg zu König Marke passiert, nämlich trinkt dann Isolde mit Tristan einen Liebestrank und beide verlieben sich, wie gesagt, unsterblich füreinander, sodass sie auch heimlich dann diese Beziehung führen müssen, sobald sie dann in England ankommen. Tatsächlich wollte sich Isolde rächen und hatte gedacht, es wäre einen Todestrank, aber Brangiene hat ihren Wunsch nicht erfüllt und hat dann den Todestrank durch den Liebestrank ausgetauscht. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Geschichten über diese Tristan-Legende. Was Wagner gebraucht hat, ist prinzipiell das Epos von Gottfried von Straßburg aus dem 13. Jahrhundert, was tatsächlich eine Wiederbelebung im 19. Jahrhundert gefunden hat, als es ungefähr 1840 ins Neu-Hochdeutsch übersetzt wurde. Und genau mit dieser Fassung hat sich Wagner beschäftigt und es gibt einige Unterschiede, aber was sehr interessant ist und was auch in der Oper sehr wichtig ist, ist, dass wie gesagt Morold, der eine Beziehung zu Isolde hatte, in Wagners Geschichte war er der Verlobte als irischer Held, sozusagen als irischer Ritter, war er der Verlobte von Isolde in Gottfried von Straßburg, war er tatsächlich der Bruder von Isolde. Also der hat immer dieses Verhältnis zu Isolde und in der Oper entdeckt tatsächlich, wie du schon erwähnt hattest, Isolde, ein bisschen wieder zurück in die Geschichte, in diesem Streit zwischen Morold und Tristan wird nicht nur Morold ermordet, aber Tristan wird auch verwundet. Das ist nämlich sehr wichtig. Denn er erscheint dann tatsächlich dort, wo Isolde ist, Isolde ist bekannt für ihre Heilkunst, erscheint er, um von Isolde geheilt zu werden, aber er darf ihr nicht verraten, dass er Tristan ist. Darum gibt es einen kleinen Anagramm und er kommt getarnt als Tantris zu Isolde, jedoch erkennt Isolde, dass es Tristan ist, bei Wagner und bei Gottfried durch zwei unterschiedliche Wege. Bei Wagner erkennt sie halt an Tantriss Schwert eine Scharte, das genau die Scharte ist, den sie auch, wie du schon gesagt hattest, bei der Wunde des Kopfs von Morold gesehen hatte. Sie sieht dann also, dass es dasselbe Schwert sein muss und erkennt dann, dass er Tristan ist. Bei der Erzählung von Gottfried von Straßburg ist es ein bisschen anders. Da hatte sie nämlich Morold's Schwert mit einem Gift sozusagen gestreicht und erkennt dann, sobald Tantris bei ihr ankommt, dass es genau der Gift ist, den sie an Morold's Schwert dran getan hat oder beziehungsweise bezogen hat und merkt dann so, dass es Tristan ist. Auf jeden Fall kommt es in beiden Geschichten dazu, dass sie merkt, dass dieser Mann, dieser fremder Mann eigentlich Tristan ist. Und dort ist eigentlich deren erste Begegnung. Und sie hat dann dort die Möglichkeit, sich von Morold zu rächen und das tut dann Isolde nicht. Und ich glaube, das ist sozusagen der Ansatzpunkt von dieser ganzen Liebestragödie, Liebestrama, Liebesgeschichte. Ja, und das Ganze geht ja auch, du hattest es ja angedeutet, zurück auf keltische Sagenkreis um den König Arthus. Und da gibt eben der Gottfried von Straßburg im 13. Jahrhundert, der das ja mit seinem Versroman überliefert hat. Und dann habe ich noch recherchiert, dass auch Motive aus Novalis Hymnen an die Nacht in dieser Stimmung, das ist ja eigentlich eine schwer vorstellbare Geschichte oder eine fast absurde Geschichte, dass eigentlich ein Mörder oder ein Verteidiger kommt und sich diejenigen in ihn verliebt, die eigentlich ganz andere Gefühle für ihn hegen müssen. Ja, genau. Es ist interessant, dass du das erwähnst vom Novalis, also die Hymnen an der Nacht. Denn die Hymnen an der Nacht sind tatsächlich sehr wichtig, hauptsächlich in Wagner, um diese ganze Deutung zwischen, also um diese ganze Allegorie, die wir haben zwischen Ritter und verbotener Liebe, also eine Vassallentreue sozusagen und dann eine verbotene Liebe, die sich daraus gibt, so wie der ganze Liebesdreieck, der auch entstehen wird. Also das Ganze sehen wir als Allegorie. Das Ganze transportiert Wagner zu diesem Gedanke des 19. der romantischen Literatur, des 19. Jahrhunderts, wo Tag und Nacht tatsächlich gegeneinander stehen. Und die Nacht sozusagen als positiver Ort, als positives Symbol für diese Liebe, für die Vereinigung der Liebe eigentlich dasteht, das werden wir ganz, ganz, das sieht man ganz, ganz deutlich in Wagner. Und Wagner hat sich ausgiebig damit beschäftigt, also Tristan und Isolde als Tag und Nacht zu beschreiben und genau, und diese klare Referenz eigentlich zu Novalis zu machen. Und er bedient sich ja, glaube ich, philosophisch auch bei den Anregungen der Philosophie von Schopenhauer, der die Tendenz des gänzlichen Verlöschens der menschlichen Existenz im Tode aufgestellt hat. Genau. Und habe ich alles jetzt so erlesen, was quasi Parallelen gibt, weil man, um die Geschichte besser zu verstehen, und das Interessante ist ja, dass Wagner diese Geschichte auch in seinem Spätwerk oder letzten Werk in Parsifal, der hat auch wieder gebraucht, dieses gänzliche Verlöschen im Tod. Und ich glaube, interessant ist, wenn man noch schaut, diese persönliche Geschichte Wagners in der Zeit, als er den Tristan schrieb, da hat er ja sogar die Arbeit am Ring, am Siegfried, glaube ich, unterbrochen. Genau. Und war dann in Zürich und war dann im Gartenhaus der Familie Wesendong mit den berühmten Wesendong-Liedern. Ja, ja. Und da in Zürich und hat sich, hat er irgendwie ein leidenschaftliches Verhältnis zur Frau Wesendong, Mathilde. Mathilde Wesendong. Und er hat sich dann bei der Erarbeitung des Stoffs zu Tristan und Isolde selbst als Tristan gesehen, die Mathilde als Isolde und der Otto Wesendong in der undankbaren Rolle als König Marke, der da den Auftrag zum Mord gegeben hat. Und ja, es ist schon interessant, wie äußere Lebensumstände Wagner zu so einer fantastischen Musik und dazu Geschichte hat bringen können. Vielleicht kannst du noch was sagen zur Musik, die hat ja im 19. Jahrhundert auch eine Wende im Schaffen von Wagner gebracht. Ich finde, also nicht nur die, also was diese Musik ausgewirkt hat für die Musik, die danach kam, ich finde es unglaublich beeindruckend, wie modern diese Musik eigentlich für die Zeit ist. Also wenn man bedenkt, dass die Oper 1859 schon fertig geschrieben wurde, viele meinen, dass sie erst in den 60er Jahren fertig wurde, weil die Premiere tatsächlich 1865... Sie galt auch unaufführbar, weil sie so schwierig war. Genau. Und es wurde 70 Mal in Wien geprobt und dann doch abgebrochen. Und nur durch seine Ernennung in Bayern hat es dann geklappt in München. Es wurde tatsächlich an sechs unterschiedlichen Opernhäuser, bevor es überhaupt in Wien angenommen wurde, wurde es in unterschiedlichen sechs anderen Opernhäuser angeboten, sogar an das Opernhaus in Rio de Janeiro. Das war eigentlich das erste Angebot, gewidmet an dem Kaiser Brasilien, Don Pedro II. Kaiser von Brasilien wurde eigentlich das erste Opernhaus angeboten. Wie gesagt, überall unaufführbar, weil die Musik tatsächlich unglaublich neu ist. Also ja klar, hat er ja schon mit dieser ganzen Leitmotivstruktur und dieses Dramas, dieser durchkomponierten Oper beim Ring schon begonnen, was seine Arbeit ja davor begann. Aber wie du das erwähnt hattest, hat er ja mit Siegfried aufgehört zu komponieren, um dann tatsächlich sich komplett dem Tristan zu widmen. Und er hat die Oper tatsächlich in knapp zwei Jahren geschrieben, aber ein bisschen länger als zwei Jahren. Und es ist unglaublich, wie so ein großes Meisterwerk in so weniger Zeit entstehen konnte. Und genau diese ganzen Themen von Tag und Nacht, dieses Vergehen, also sich vollkommen zu finden im Tode, diese Unsicherheit des Lebens, die Unsicherheit des Liebes, all das ist eigentlich in der Musik beinhaltet. Denn die Handlung ist eigentlich, obwohl es Handlung heißt, die Oper Wagner beschreibt Tristan und die Solde, als eine Handlung in drei Aufzügen, ist eine Handlung auf der Bühne sozusagen kaum vorhanden. Die Handlung ist sehr minimal, sie wird normalerweise erzählt. Und das ist eigentlich, das ganze Geschehen passiert tatsächlich im Orchester. Das Orchester erzählt diese ganze Geschichte durch unglaublichen Gebrauch von neuen Harmonien, Chromatiken, die sich nicht auflösen lassen, so wie die Liebe von Tristan und die Solde, bis zu einem letzten Augenblick. Und wir als Zuschauer werden die ganze Zeit in dieser Ungewissenheit durch das Orchester zusammengetrieben und mitgebracht. Und die ganze Zeit, wo wir dann erwarten, dass die Harmonie sich auflöst, löst sie sich dann doch nicht auf und geht dann zu unerwarteten Wegen, genauso wie Tristan und die Soldes-Geschichte. Und genau das ist unglaublich, unglaublich neu für diese Musik. Und genau diesen ersten Einsprung durch die Chromatik in die Atonalität fast zu gehen, ja klar, handelt es sich nicht um ein atonales Werk, aber es handelt sich um ein Werk, wo die Tonalität sehr instabil ist. Und so wie halt diese Liebesbeziehung zwischen diesem Paar, während sie noch leben. Denn das Ganze löst sich danach auf, sobald sie sterben. Also quasi ein Wendepunkt in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts und ermöglichte danach eigentlich auch die klassische Moderne. Genau. Also dieses Werk und letztendlich, du sagtest, gar nicht so viel Handlung. Ich glaube, die Musik vermittelt die Gefühle der agierenden Personen. Und das ist, glaube ich, die Kunst, das dann packend auf die Bühne zu bringen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat ja unglaublich viele Referenz zu dem klassischen griechischen Drama, wo ja die Handlung ja normalerweise auch außerhalb der Bühne passiert ist. Du hattest immer Figuren, die auf die Bühne kamen und durch Dialoge oder Monologe die Handlung erzählt haben, die außerhalb der Bühne passiert. Und dadurch schaffst du einen Fokus, einen sehr strengen Fokus auf die Gefühle, auf die Emotionen von den Figuren. Und genau das unterstützt dann auch die Musik sozusagen und schafft es damit, den Zuhörer und den Zuschauer wirklich in einer neuen Welt, in einer neuen Geschichtsebene zu bringen. Und genau, das ist sehr, sehr neu eigentlich für die Zeit. Nun mal konkret zu dieser Inszenierung, jetzt in Dessau. Welche besonderen Anforderungen hat das denn an das Orchester? Ich glaube, eine sehr, sehr besondere Aufforderung an das Orchester ist logischerweise im dritten Akt die Hirten-Szene. Der Hirt wird ja von einem Englischhorn begleitet. Und dieses Englischhorn ist tatsächlich in dieser Inszenierung auf der Bühne, so wie es tatsächlich auch in Wagner's Libretto drin steht. Und unsere Englischhornistin muss sich tatsächlich da mit Kostüm und Englischhorn auf dieses große Bühnenbild dann tatsächlich bewegen. Ich glaube, das wird tatsächlich einer der größten, ja, vielleicht einer der größten, nicht Schwierigkeiten, aber der größten Momente genau sein dieses Werkes für das Orchester. Das Orchester ist tatsächlich in dieser Inszenierung anders als damals im Graben. Wir haben auf der Bühne ein sehr gewaltiges Bühnenbild, aber was in sich relativ simpel ist und dadurch ganz viele Möglichkeiten öffnet, diese unterschiedlichen Szenen zwischen dem ersten, zweiten und dritten Akt eigentlich zu ermöglichen. Der erste, zweite und dritte Akt passieren ja in komplett unterschiedlichen Orten. Als erstes auf einem Schiff, zweiten Akt im Walde, im dritten Akt dann auf Tristansburg, Verlassene Burg. Und was Michael Schachermeier, der Regisseur dieser Inszenierung, geschafft hat, zusammen mit Paul Lerchbaumer, dem Ausstatter und Bühnenbildner dieser Inszenierung, war ein Bühnenbild zu schaffen, was die Größe dieser Oper eigentlich hat und die Größe unserer Bühne auch ermöglicht, aber weiterhin Platz schafft, damit wir diese unterschiedlichsten Momente in einer sehr klaren Weise erzählen könnten. Psychogramm einerseits und die Größe mit, da vorgerufen durch diese Musik. Du erwähntest schon, Michael Schachermeier ist der Regisseur dieses Werkes, bekannt unserem Publikum aus der wunderbaren Inszenierung des Rosenkavalier oder im Vorfeld auch Jolanta hat er in Dessau gemacht. Und ein Österreicher, ein freischaffender Regisseur, der wunderbar die Geschichten schon bewiesen hat zu erzählen. Das Ganze natürlich unter musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Markus Frank. Klar, das ist ein Werk für den Chef der Philharmonie. Es braucht ein großes, ein starkes, ein gut eingespieltes, hervorragendes Orchester, was unsere Philharmonie natürlich bietet. Und jetzt vielleicht mal zu den wichtigsten Rollen. Die Isolde hat man schon erwähnt, Kammer-Sängerin Jodanka Derilova. Eine Wahnsinnspartie? Eine Wahnsinnspartie für eine Wahnsinnssängerin. Ja. Also es freut mich jedes Mal zu der Probe zu kommen und Jodanka zuzuhören. Es ist wirklich ein Balsam für die Ohren. Sie schafft es in einer unglaublich geschickten und professionellen und gesangstechnischen Weise, diese Partie zu bewältigen und zu singen mit Dynamiken, mit den ganzen Piani, die erwartet werden, mit auch kompletter Stimme, wenn er es braucht. Sobald die innere Triebe von Isolde durch Gesang ausbrechen, schafft sie es, in einer unglaublich schönen Weise zu machen, ohne zu schreien. Also ich muss sagen, ich bin, es ist wirklich herrlich, Jodanka jedes Mal auf der Probe zu erleben. Sagt der studierte Opernsänger und Paramaturk dieser Produktion. Ja, Jodanka Derilova auch spielerisch immer ganz präsent und auf den Punkt kommen. Und Tristan singt ein, auch den Dessauern, schon bekannter Tenor, Tilman Unger. Genau. Den hatten wir ja im letzten Jahr in der wunderbaren Inszenierung des König Kandaules. Auch in einer grandiosen Partie. Ja, auch eine ganz, ganz eine große Partie. Eine große Partie, ich würde sagen, höchstwahrscheinlich für Heldentenöre und also... Der Zenit. Ja, ja, genau, genau, die Spitze dieser Karriere sozusagen und tatsächlich das Debüt in dieser Rolle von Tilman. Und er meistert das auch in einer unglaublich guten Weise. Und Tilman ist über seiner Gesangskunst hinaus ein hervorragender Darsteller. Das muss man sagen, unglaublich intelligent, kam immer mit sehr, sehr gewissen, mit sehr, sehr guten Impulse zu den Proben. Es war herrlich, mit ihnen zu arbeiten. Wir hatten auch, also im dritten Akt haben wir ja sehr, 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 sehr ausgedehnten Moment von Tristan, wo er bereits verwundet ist und in einem gewissen Wahnfieber ist, nicht sterben kann, bevor er nicht Isolde sieht. Und das ist eine unglaublich große Szene, die so viele vokale Herausforderungen hat. Herausforderungen an diesen Momenten, die manchmal ruhig sind und komplett auch im Wahn drin sind. Und Tilman schafft das alles in so präzise darzustellen und in einer so Wahrhaftigkeit, die man es auch stimmlich und darstellerisch kaum erlebt. Also von einem Tilman, das ist sehr, sehr hervorragend. Eine weitere Rolle müssen wir unbedingt auch erwähnen, den König Marke, der nun nicht der Held des Stückes ist. Nein. Gesungen und allseits bekannten und hervorragenden Kollegen Michael Tews. Genau. Aktuell im Vogelhändler zu erleben. Hat die tolle Rolle des Ochs im Rosenkavalier spielerisch und sängerisch erstklassig absolviert. Also ein tolles Spitzenensemble. Ja, ein hervorragendes Spitzenensemble. Und also bei Tews bin ich mir gespannt, was das Publikum erwarten wird, nachdem man eine Komödiante-Rolle vom Ochs, ich habe es leider nicht gesehen, aber alle, die es gesehen haben, haben gesagt, dass er hervorragend war als Ochs in dieser unglaublich ernsten Rolle des König Markes zu sehen, der zwischen Enttäuschung und Wut irgendwie schwellt, als er das Liebespaar dann entdeckt im zweiten Akt. Ich glaube, das Publikum wird sich da sehr beeindrucken, wie er das darstellerisch hinschafft. Er hat ja schon sein Wagner-Debüt im fliegenden Holländer in Dessau, der Michael Tews, insofern ist die Erwartung auf wieder einen tollen Michael Tews auf jeden Fall da. Und weitere Rollen müssen wir noch kurz erwähnen vielleicht, der Milo Boris Javuz, Baris Javuz und Kurvenal Kai Stiefermann. Genau. Ja, und dann haben wir noch die Prangene mit Anne Schuld besetzt. Genau, das würde ich dann auch gerne noch so mal extra erwähnen. Kommt gerne auch, um Anne Schuld zu singen, zu hören, bei ihrem Ruf im Walde. Das ist ein einzigartiger Moment. Anne Schuld schafft das in einer hervorragenden Weise auch zu machen. Das ist sehr, sehr schön. Also sie macht auch eine sehr, sehr gute Prangene. In diesem Sinne ist es auch, wir haben nur ein Spitzenensemble wirklich für diese Oper. Wie es sich angehört eigentlich für diese, wie es sich gehört für diese Oper. Ja, also wir sind, freuen uns riesig bei dieser Besetzung und überhaupt dieses Werk. Jetzt noch die Frage, die Inszenierung hier, die am 27. Januar Premiere feiern wird, ist sie zeitlos oder wird sie in eine Zeit hineingesetzt? Wann spielt sie? Sie ist relativ, sie ist eigentlich zeitlos. Sie ist eigentlich zeitlos, denn ich glaube, das passt auch gut zu diesem Bühnenbild, zu diesem, dieses mutable Bühnenbild, also was sich verwandeln kann. Es kann sich in einem Schiff verwandeln, es kann sich in einer Burg verwandeln, es kann sich in einen Wald-Szenario verwandeln. Also ist es auch in einer gewissen Art zeitlos, jedoch sind es jetzt keine Kostüme oder es ist eine unbestimmte Zeit, aber alles ist sehr erkennbar. Wir erkennen die Kostüme, denn es ist auch sehr wichtig, dieses Verhältnis zwischen den Figuren auch sehr klar darzustellen. Ich glaube, die Anfangsgeschichte, also die Geschichte der Initialkonflikt der Tristan-Erzählung hat sehr viel mit dieser Vassallentreue zu tun. Und also die Frage zwischen Liebe und Vassallentreue zu tun. Und das kann eigentlich nicht verloren gehen. Und das behaltet tatsächlich unserer Regisseur und Kostümbildner ja auch, indem es zeitlos ist. Es ist nicht mittelalterlich, es ist nicht heute gelegen, aber es ist alles sehr erkennbar, würde ich so beschreiben. Es ist zeitlos, aber erkennbar. Die Geschichte wird also transportiert, ohne sich an eine bestimmte Zeit zu knüpfen. Und das Wesentliche, was wir schon über die Musik gesagt haben, also was eine Figur fühlt, denkt und tut, findet in Melodien, Harmonien und Rhythmen seinen Ausdruck in diesem Werk von Richard Wagner, Tristan und Isolde. Also 14 Tage sind noch Proben, es läuft alles nach Plan? Es läuft alles nach Plan. Wir sind schon auf der Bühne, was ein total anderes Gefühl gibt, sobald wir dann auf der Bühne sind. Und auch für das Probengefühl für die SängerInnen ist es sehr, sehr schön, auch auf dieser großen Bühne sich diesem Werk widmen zu können, in Dimensionen, für das es eigentlich auch gedacht wurde, obwohl es keine Bayreuther Oper ist, also sie wurde nicht für Bayreuth geschrieben, ist das Nationaltheater in München ja auch eine unglaublich große Bühne, wo sie ja ihre Premiere gefunden hat. Und es ist auch ein Werk, was ein gewaltiges Orchester hat. Und da freuen sich alle, wenn man das wirklich auf einer sehr, sehr schönen Bühne wie unsere hier dann auch gestalten kann. Es adelt ein Theater wie unseres, wenn es so ein Werk mit seinen eigenen Künstlern und Philharmonie auf diese Bühne bringen kann und die Sache eben gut beherrscht. Ja, und du bist ja selber nun auch schon wieder im nächsten Werk drin, König Roger, die nächste spannende Oper, eine Oper Marität. Aber über die zu reden ist jetzt heute nicht, haben wir uns nicht zusammengefunden. Trotzdem spannend, zwischen diesen beiden Polen quasi zu arbeiten. Da wünsche ich dir also weiterhin gutes Gelingen, jetzt erstmal noch für die laufende Produktion, Tristan und die Solde, 27. Januar die Premiere und dann für die nächste Produktion, auf die wir auch Premiere im Rahmen des Kurtweilfestes alle sehr gespannt sind. Und danke dir, Juri, dass du heute bei mir warst. Und toi, toi, toi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen.